Grüezi miteinander. Wenn das Wetter so mitmacht wie heute, gibt es für mich nichts Schöneres als einen zünftigen Grillplausch mit Freunden. Besonders jetzt, wo es bei Gobe wieder unter anderem die feinen Brotwürste, die saftigen Bulletschenkel und die rassigen Riesenservalat zum günstigen Aktionspreis gibt. Zum Grillieren braucht man aber auch eine gute, gleichmässig glimmende Holzkohle, wie sie z.B. im Freilichtmuseum Wallenberg ob Prienz den ganzen Sommerdauer von erfahrenen Köhler nach den gleichen Methoden wie schon im Mittelalter hergestellt wird. Wenn der Meiler aus 40 bis 45 Stärr Bucherholz aufgerichtet ist, wird er zuerst mit Laub und Ästen und mit einer Erdekohlenmischung luftdicht abgedeckt. Nach dem Anzünden in diesem Hohlraum, wo wie ein Chemie wirkt, geht es rund 10 Tage, bis das Holz verkohlet ist. Tag und Nacht sind Köhler während dieser Zeit im Einsatz, um den heiklen Vorgang zu überwachen und zu regulieren. Holzkohle gibt es selbstverständlich auch bei Gobe, allerdings nicht aus Ballenberg, weil diese Produktion nicht weit wird lang. Ein Besuch im Freilichtmuseum ist aber auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis und man kann übrigens dort auch grillieren. Und jetzt zeigen wir Ihnen noch ein paar aktuelle Aktionsangebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Gobe alle Fruchtsäfte im 1 Liter Pure Pack 30 Kappen günstiger. Z.B. 1 Liter Orangensaft statt 1,30 nur 1 Franken. 500 Gramm Bohnen Kaffee Exzellento statt 5,70 nur 4,70. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Haar als Pepsi Cola statt 13,20 nur 9 Franken. Und italienische Pfirsicht per Kilo nur 1,40. Auf Wiedersehen!